Ja, da ist mir wohl Minecraft hängen geblieben. Ja, nun, jetzt ist der Fehler behoben, jetzt sollte alles korrekt laufen. Jo, es hängt auch nicht oder so. Alles perfekt. Ja, und jetzt gibt's dem Herr Creeper hier an den Kragen. Jetzt nochmal, hä? So, jetzt, tot. Jetzt hätte ich aber gerne die Experience Points. Äh, ja, wie gesagt, ich hab bemerkt, das natürlich auch, ich hab bemerkt, dass ich ein bisschen leiser werde mit der Zeit, das versuche ich zu verhindern. Die Musik ist nun auch an. Keine Ahnung, tut mir leid, dass ich das vorhin vergessen hab, so. Aus lauter, äh, äh, Vorbereitungen und so. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, jetzt ist sie drin, und ich hoffe, die Musik, die, Pause hat auch einigermassen. Im Moment hab ich eine Nachtplaylist. Also, ja, für die Höhle einfach. Vielleicht kann ich da auch noch eine andere machen. Wie gesagt, ich, ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen weiterhelfen mit Songs und so. So, irgendwelche Spielvorschläge geben, die gute, ups, gute Songs haben für Let's Plays. Und dann könnt ihr die in die Kommentare schreiben, bitte. Und dann kann ich das auch einfügen, und so wird das Let's Play natürlich auch euch angepasst. Also, ja, wo sind wir stehen geblieben, wir wollen uns da ja eine kleine Stationierung machen hier, wo wir dann das Zeugs abraten können, bevor wir hier in die Tiefe gehen. Jawohl. Und natürlich auch, um ein bisschen die Nacht totzuschlagen, weil wir müssen zurück, denn wir haben eigentlich genug dabei. Nein, Holz, genau, Holz. Holz fehlt uns, genau. Ja, also, weil wir zurück müssen, um Holz zu holen. Und dann machen wir uns hier mal einen kleinen Unterschlupf. Klein, ja, der wird klein. Mit einem Bett drin, ein paar Kisten. Mann, ich will hier runter. Was läuft denn jetzt die ganze Zeit umher? Ist das schon ein Creeper oder so? Das scheiss Getrampel hier. Äh, ja, ich hoffe, die Musik habe ich auch noch mal angepasst. Die war, glaube ich, ein bisschen zu leise. Ich hoffe, jetzt ist... Was war das? Ach so, das macht nun ein neues Geräusch, wenn ein Werkzeug kaputt geht. Und das ist jetzt nicht so toll. Jetzt müssen wir zwingen, draußen, um Holz zu holen. Scheiße. Äh, was können wir... Na, Mist. Kann man denn nicht? Nee, kann man nicht. Schade. Was kann man sonst kriegen wir das machen, außer Holz holen? Ja, dann habe ich noch was. Hm, was machen wir denn? Ich denke, hier kommt uns ein Eingang rein. Äh, eben, kein Spitzhacker, toll. So. Und darf ich mich einfach nicht scheisse eingraben. Hä, hä, witzig. Hier, mach ich auch mal so. So. Oh, Solder-Scheiss. Und, ist schon Tag. Mann, behal dich mal, scheiss Nacht. Sonst gehen wir einfach. Im Moment höre ich nichts. Hallo? Skelette. Sonst irgendwer? Hallo? Eisen! Ich muss mal schauen, dass ich von hinten kommt. Und da unten ist es hell. Lava. Na, das ist ja toll. Ein Riesenloch. Oh, nein. Ein Loch. Und wir haben keine Spitzhacker. Okay. Ja, dann. Können wir nur hoffen und abwarten. Jetzt wird morgen. Jetzt wird's Tag, oder? Oder nicht? Ja, so langsam. Was ist hier eigentlich? Ach, alles Höhlen, 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 Höhlen. Ja, jetzt wird's Tag. Na, endlich. Holen wir uns eine Spitzhacke. Holz, natürlich. Und dann geht's wieder runter. Und dann bauen wir damit das Eisen ab. Machen hier unsere Dingens, äh, Station hier ein bisschen schöner. Das kann man ja nicht anschauen, so. Ich hoffe, wir uns überfällt hier nicht gerade etwas. Ein Überbau. Ne, wir gehen einfach. Lalalalalala. Och, die Musik. Scheiße. Ja, da ist ein Skelett. Tintenfische. Schau. Uhhh. Äh, Enten, ey. Die machen jetzt auch so ein Geräusch, wenn sie Teleportieren. Boah. Kann man denn hier nicht mal in Ruhe zu seinem Haus laufen? Vor allem das wir hier. Von Endermans und so weiter. Scheißkerl. Wo? Das ist schon... Zwei Gäber. Boah. Na, das war ja ganz toll. Das ist wohl das erste Mal tot. Hoffentlich können wir uns die Sachen holen. Ist ja nicht so weit weg. Ja, das war jetzt nicht so toll. Autsch. Schnellen wir uns die Sachen holen. Äh, 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 äh. Äh, da ist unser Haus. Das heißt irgendwo hier. Mann, hier sieht das so gleich aus. Ja, vielleicht noch mal. Genau. So, jetzt haben wir ein bisschen Schert. Ja, genau. Du, Scheißkerl. Und so ein schöner Experience Point. Gravel. Und schon wieder so ein Scheißloch hier. Ja, hallo. Wie ist es eigentlich viel Eisen? So. Ach, Pfeile noch. Sonst haben wir alles. Oh, sogar Holz. Woher kommt denn das Holz? Oh, der hat einen Baum weggesprengt hier. Haben wir den? Ja, haben wir Axten dabei hier. Das ist unschön, so ein Scheißloch. Spinni. 37. Ja, ja. Da machen wir hier mal ein bisschen zu, hier. Nicht alles. Das ist irgendwie nicht nötig, das ganze, ähm, Loch zuzumachen. Scheißablücken. Ist ja wurscht. Noch zwei, noch eins. Naja. Also, wir wollten zum Haus, um Werkzeug zu machen. Spinni. Ja, du Spinni. Also, du bist doch süß. Mit deinem Auge. Hallo, Schaf. Ähm, laufe hier. In die richtige Richtung, ich weiß gar nicht. Also, wir, wir kommen, ähm, wo ist die Schirrle? Äh, ah, da. Okay, wir sind in die Richtung, Gott sei Dank. Wir müssen hier mal ein bisschen abholzen oder abroten, sonst überlaufe ich mich noch hier in diesem Wald. Okay, dann gehen wir mal ran hier. Ach, die Tür übrigens, finde ich ganz toll, wie die jetzt klingt. Jetzt haben wir drei Wolle, oder? Ja, hab's gemeint, wir können Bett machen. Ich hab noch Holz, sehr schön. Ups, das können wir nicht stapeln. Äh, ja, so. Zack.